Chris Bayerler von Bionder und ich zeige euch, wie ihr ein gratis Videomeeting machen könnt. Woher ich das weiss, ich arbeite ziemlich häufig und schon seit langer Zeit remote und setze mich mit dem Thema schon sehr intensiv auseinandergebe und unter anderem auch Unterricht an verschiedenen Hochschulen und haben das auch schon eingesetzt. Für das Beispiel zeige ich euch, wie man Zoom kann. Zoom ist eigentlich eine Alternative zu Skype oder anderen Videochat-Tools, die einen bedeutenden Vorteil im Auge haben. Ihr braucht kein Konto und müsst euch nicht registrieren. Das einzige, was ihr braucht, ist ein Link. Und das Schöne ist, das Ganze ist noch gratis, im 1 zu 1 mit einer anderen Person sogar unbegrenzt in der Zeit. In einem Zoom-Meeting-Room könnt ihr in der Gratis-Version bis zu 100 Teilnehmer drin verwalten, habt aber ab dem dritten Teilnehmer eine Beschränkung von 45 Minuten. Für die meisten Sachen im Austausch reicht es aber vollkommen. Wie gesagt, dadurch, dass ihr keine Registration machen müsst, braucht ihr eigentlich lediglich einen Link. Und das habe ich mir vorbereitet. Wenn ihr da drauf klickt, dann geht eine Seite auf. So, jetzt werdet ihr dazu angehalten, entweder euch anzumelden, wie gesagt, ihr braucht das nicht, oder ihr könnt das Meeting als Zuschauer beitreten. Klickt bitte unten als Zuschauer beitreten. Schon öffnet sich eine neue Seite und ihr werdet entweder aufgefordert, eure App Store zu öffnen, oder direkt eine Datei downloaden. Egal ob Windows oder Mac, es funktioniert beides ähnlich. Ich zeige euch jetzt geschwind, wie das funktioniert, wenn ihr Datei herunterladet. Ihr könnt hier unten, wenn das nicht automatisch startet, auf herunterladen und ausführen klicken. In diesem Moment wird eigentlich die Datei angefangen, geladen zu werden. Ihr seht, hier unten ein paar wenige Kilobyte und ich klicke jetzt da drauf. Ich muss wahrscheinlich die Browser ein bisschen verschieben. Ich klicke jetzt da drauf. Die Datei wird geöffnet. Es braucht ein paar Minuten oder Sekunden, bis sie bereit sind. So, in diesem Moment muss man eigentlich geschwind warten, bis der Host das Meeting beginnt. Sobald das Meeting begonnen ist und ein Passwort wird verlangt, dann kann man dort das Passwort eingeben und euren Namen dazu angeben, wie ihr in dem Meeting auftaucht. Und dann könnt ihr dem Meeting beitreten. Das Passwort überprüft. Und das erste, was gefragt wird, wie ihr gerne beitreten wollt, in meinem Fall per Video sage ich zwar ja. Man sieht mich aber leider nicht, weil ich schon den Screencast aufnehmen will. Ich sage also mit Video beitreten. Aus dem einfachen Grund, ich kann noch die Kamera wechseln und werde euch das gerade zeigen. So, ihr seht eigentlich noch die andere Frage. Wie werdet ihr beitreten per Computer Audio oder das Computer Audio testen? Da unbedingt auf Test gehen und ihr werdet gefragt, gehören die den Klingelton? Und ihr seht auch an dem Beispiel ganz, ganz einfach. Da entsprechend nämlich zu prüfen. Die Android fängt also an. Ja, so. Wir treten natürlich per Computer Audio bei und sollten eigentlich das Problem in erster Linie mal gelöst haben. Ihr seht mich da jetzt auf dem Bildschirm. Das ist die andere Person, die an dem Meeting teilnimmt. Das bin ich mit meiner Smartphone Kamera und damit wir da nicht gestört werden, fahre ich natürlich den Sound runter. So, jetzt hören wir uns nicht doppelt. Ihr seht mich durch das zweimal auf dem Bildschirm und ich möchte jetzt ganz kurz zeigen, wie da die ganze Funktionalität von Zoom eigentlich abläuft. Ähm, für das klicke ich jetzt mal Video beenden, damit wir nicht zu viel Ablenkung haben. Ihr seht da innen nämlich das Control Panel und da unten links habt ihr die Möglichkeit, nämlich eure Einstellungen zu machen. Ihr könnt zum Beispiel auch die Kamera wechseln und ihr seht, dass plötzlich da von meiner rechten Seite, wenn ich das Video dann anschalte, solltet ihr mich oben innen sehen. Ihr könnt da das Video entsprechend wieder beenden und da unten könnt ihr nämlich euren Input und Output ändern. Das sind die meisten Probleme, die bei Zoom auftreten, dass jemand einen nicht hört oder dass man die anderen nicht hört. Wie kann man prüfen, ob das funktioniert? Ich sage immer ganz einfacher Trick. Ihr könnt da auf den Sound gehen und schnell die Regeln verstellen. Wenn der Sound klingt, dann habt ihr den Sound. Wenn ihr keinen Sound habt, dann habt ihr irgendwo ein Problem. Entweder steckt ein Kopfhörer irgendwo drin oder sonst irgendetwas. oder manchmal kann es auch sein, dass der Computer irgendwo blockiert ist geworden. In den meisten Fällen lässt sich Zoom eigentlich auf jedem Rechner sonst installieren und nutzen, ohne irgendwelche Probleme zu haben. Der Vorteil von der Applikation zum Downloaden ist, dass das Streaming vom Video massiv besser funktioniert als in jedem anderen Browser und ihr sehr selten irgendwelche Verbindungsunterbrüche habt. Aber jetzt ein wenig mehr Möglichkeiten, die wir kurz zur Administration haben. Ihr habt hier die Möglichkeit, alle Teilnehmer einzusehen und die einzeln zu muten oder nicht, ausser den Host. Der Host ist natürlich jetzt mein Smartphone. Der Host hat ein wenig mehr Möglichkeiten, das Ganze zu administrieren. Aber ich zeige euch das jetzt aus Teilnehmer-Sicht. Ihr könnt hier auch selber andere Leute einladen. Entweder könnt ihr eine Standard-Mail auswählen. Ihr seht hier unten übrigens ein Passwort, das ihr auch freilassen könnt. Und natürlich URL-Kopierer und Einladungen kopieren, die ihr dann in WhatsApp-Chat-Slag oder E-Mail reinkriegen könnt. Hier in der Mitte die spannende Funktion in Bezug auf Bildschirm freigeben. Weil ihr könnt nämlich da euren Bildschirm freigeben. Ihr könnt ein Whiteboard machen, wo ihr darauf zeichnen könnt, wie ihr das erwähnt, mit Stempeln, mit allem Möglichen. Das seht dann die anderen. Und ihr könnt da im Prinzip dort austauschen. Ihr habt auch die geniale Funktion, falls ihr mal technischen Support müsst geben, da oben auf die Fernbedienung zu linken. Und eigentlich der Person, die neu in dem Meeting-Room ist, im Prinzip Kontrolle über euren Bildschirm zu geben. Das funktioniert aus dem Smartphone. Ihr seht jetzt hier, die Maus wird bewegt. Das mache ich mit dem Daumen auf meinem Smartphone. Und ich kann eigentlich so ein paar Sachen machen. Ihr seht, ich habe hier ein paar Pfeile platziert. Das ist sogar geräteübergreifend möglich. So, ich habe die Freigabe mal beendet und möchte euch noch den Rest zeigen, der noch ziemlich wichtig ist. Ihr habt hier den Chat, wo sich jetzt immer den Gruppen-Chat öffnet. Oder ihr könnt auch in den privaten Chat wechseln, falls nicht alle das sehen sollen. Ihr könnt Dateien hochladen und eigentlich so miteinander austauschen. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze aufzunehmen. Für das müsst ihr der Host oder beim Host im Prinzip Berechtigung haben. Und ihr könnt durch das das dann in der Cloud oder auf eurem Rechner speichern. Zu guter Letzt habt ihr hier die Reaktionen. Das ist vor allem für grössere Meetings wichtig, wenn es um Abstimmungen geht. Und ihr solltet im besten Fall bei mir wie drei oder vier teilnehmen, nämlich eure Mikrofon mute und dann anschalten, wenn ihr reden soll. Für das habt ihr auch eine Tastenkombination. Ihr könnt für das mit dem Maus über die einzelnen Elemente gehen. Und ihr seht, dass bei mir auf Windows ist das Alt und A. Also wenn ich da Alt und A drücke im Zoom drin, dann wird das Ein- und Ausgeschalten. Wunderbar. Also wenn ihr irgendwelche Fragen habt, nicht so recht wisst, wie ihr mit Zoom umgehen sollt, dann meldet euch bei mir. Ich helfe euch so gut, dass es geht. Sonst auch in der Gratisversion bietet Zoom eigentlich Support an, wo ihr jederzeit eine Anfrage daran richten könnt. Ich hoffe, das Tutorial bringt euch irgendwie weiter. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Schönen Tag.